So, jetzt sind wir bei der zweiten Location in Berlin, bei unserem Berlin-Workout. Und zwar wurde die Goldelse erbaut, 1864, von Friedrich Wilhelm I. Dazu muss man wissen, dass es an sich eine Bronzestatur war, die dann später vergoldet wurden. Und die Berliner haben sie dann liebevoll Goldelse getauft. Und so sieht sie entsprechend aus. Da oben siehst du sie. Und jetzt starten wir mit unserem Workout. Los geht es. Ich starte den Timer dreimal eine Minute. So, 13 Sekunden jetzt los. 5 Sekunden und los geht es. Jetzt work. 4 Sekunden und los geht es. Jetzt geht es. 5 Sekunden und los geht es. Jetzt kommt es. 6 Sekunden. 14 Sekunden. کا Werber drift. 3 Sekunden und los geht es. Ja, morgen IS3! 4 Sekunden und nachhalten wird. 15 Sekundenimus da, wenn alle bei Ổ bekommen. Wir wollen irgendeine Arbeit. So, die erste Runde haben wir wieder zusammen geschafft. Schau dir ruhig nochmal die Goldels an. Vergiss nicht durchzuatmen und richtig durchatmen, weil jetzt folgt die zweite Runde. In drei, zwei, eins und los! Die neue Runde ist toll. Wir haben wieder die Runde. Die Runde ist sehr klein. Wir haben eine Runde. Die Runde ist sehr klein. Die Runde ist sehr klein. Die Runde ist sehr klein. Supi, wenn ihr auch bei der zweiten Runde mit dabei warst und jetzt folgt die dritte und zum Schluss schauen wir mal, ob wir noch mal ein paar Kreuzdurchschläge mit einwerfen. Also, wir schwingen natürlich mit unserem Seil jetzt zukünftig. Guck mal, das sieht doch cool aus, oder? Bis zum nächsten Mal. Session complete! Jawoll! Wir haben es geschafft! Das war die dritte Runde und die zweite Location. Wir packen wieder unsere Sachen und fahren jetzt zur dritten Location. Wo es hingeht, weiß ich noch nicht. Das wird uns sehen, werden wir sehen, was die Katze uns vor die Tür packt. In dem Sinne, bis zur nächsten Location und etwas wieder durchatmen. Bis dann und ciao! Ja! So! 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 So!